Jojo Leute und herzlich willkommen zu mal was anderem und zwar pick war da muss man sich auf so einen schwein setzen hier und dann andere vom schwein runter schießen weil wenn man auf keinem schwein oben sitzt dann kann man hier keinen runter schießen und wenn man also wenn ich jetzt auf keinen schwein sitze mache ich einfach kein schaden und man muss hier die spiele zu töten indem man auf dem schwein sitzt und ja dann kann man die angreifen also wenn man auf dem schwein sitzt kann man dann halt bogen die angreifen es fliegt einfach also wenn man auf dem schwein oben sitzt wenn man auf dem schwein oben sitzt dann kann man erst der match machen ich glaube habt ihr verstanden müsst ihr verstanden haben aber ich treffe ja doch der ist draußen hinten kriegt denn irgendwie okay einmal und ich habe vor noch eine runde aufgenommen mcsg nummer aber das problem bei der runde war das also es ist irgendwie nicht von von mir her irgendwie ist glaube ich es liegt nämlich irgendwie an auto city denn ich habe das angepasst also synchron gemacht am anfang war doch alles synchron und dann am schluss wird es immer asynchroner ich weiß zwar nicht an was es liegt aber gut also das ist dann auf einmal also anfangen ist alles voll synchron ich bin dumm wieso hebe ich das auf also am anfang ist noch alles synchron aber dann zum schluss zu ist es einfach asynchron und deswegen werde ich euch fragen ob ihr wisst wieso das ist und ob ihr wisst wie man das beheben kann weil ich habe so eine synchro gemacht auch weil ich habe so eine synchro gemacht auch ja sein schwein fliegt ok der ist jetzt tot hier ist jetzt einfach noch auf dich schwein nein wenn er muss stimmen er muss stimmen er muss stimmen er muss stimmen ja ich bin gekickt worden richtig geil auf jeden fall wollte ich gefragt ob ihr wisst wie man das beheben kann also das video habe ich jetzt davor aufgenommen weil ich nicht wusste ob ihr die mcsg die hardcore games unter der sehen wollt weil die am schluss asynchron wird und am anfang ist sie eigentlich voll synchron also am anfang habe ich die angepasst ist sie war da dann voll so voll synchron und dann danach war die einfach also am schluss zu ist sie einfach voll asynchron und ja schreibt auf einmal in die kommentare ob ihr wisst wie man da irgendwie wie man das beheben kann hängt hier einfach nur nach unten dran einfach so leist ja und ich nehme jetzt ist ja auch auf weil ich habe über nacht gerendert aber dann hat es nicht also ich habe zwar gerendert aber es hat es nicht ich bin auf dem desktop jetzt muss ich nochmal neu rennen hat aber nochmal übel lang gedauert und jetzt nämlich das auch weil das bisschen kürzer ist und ja die beschreibung und schreibt auch mal ob er mehr so was wollte weil ich finde es eigentlich richtig geil das ist jetzt nicht jetzt gehen da drauf und tült erstmal die geht nicht stimmt ach so man muss auf schwein schießen ich habe schon drei leute gekillt der hinten schießt auf mich da muss man sich einfach konzentrieren weil das schwein bewegt sich alles bewegt sich wie hier einfach überschweizen und es kann sein dass ihr dass meine stimme nicht so normal ist weil ich noch erkältet bin jo wie viel ich einfach zerlegt jo leute hackt er wollte gerade fliegen dieser hundersohn aber in dem spiel kann er nicht hacken also ich glaube ihr habt es gesehen dass er irgendwie fliegen wollte ja oder fliegt einfach beide schreiben so die meisten reagieren zwar ähnlich drauf aber jetzt war der wenigste still wir können ihn abschießen jo nur noch der da hinten jo mega super epic shot ja also jetzt war es von der runde schreibt mal ob ihr mehr pickwort wollt und auch ob ihr wisst wie man das beheben kann mit den asynchronen und was sie sollten und was sie sehen wollen und ja auf jeden Fall wir sehen uns nächstes Mal und tschau leute